hallo herzlich willkommen zu einem neuen video dritter advent ist am start mit gifan wir sind in skybox es geht auch direkt schon los mit der runde bei gifan gibt es gleich campur ja blick denn heute sind wir auf dem server erste deutsches auf dem wir diesmal sind ja heute spiel ist der was lange nicht mehr gespielt mit ihr waren sehr lange ich bin gerne denn ich war eine workman schaffte holz haben wir heute versteht man gut perfekt nehmen die ich dann bekomme noch was passiert was wir brustplatte machen was mache ich mache ich mir in die erhält ich würde sagen wir gehen mit ich war nicht wieder die man schaffst du schaffst das gegner ich habe erfahrungslöschchen ich brauche nur zwei dias gerne zwei dias haben wenn du welche hast weil dann kann ich mir wieder scharpen ist zwei machen ich habe wieder keine auch ich habe noch wo sie es mir tatsächlich sogar da drüben sind leute nach und so eine chain aber ein ab 1 da und der ist gerade hat sich von rüber zu bauen und jetzt gucken jetzt etwas an der chain der ganz danke ich weiß ich wiederholen gerne sachen das ist der echte fisch nein das waren andere aber bin auch tot ja gut ja ich habe ein kegel gemacht okay ja wir kommen zur runde drei mit jiva recht durch fenster in das haus ein und mit dort die kisten zu snacken geht gar nicht warum nicht noch ganz ganz logisch auch mehr level ich habe es wenn man kann es sortiert also was sortiert es muss jetzt nicht ordentlich sein übrigens weißt du hast das nicht zählt wenn das direkt dran baust das ist immer machen da wenn ein sein charakter wunde hier ist jemand auf der insel runter ich würde dass wir die hunde heute auf die sie alle die hunde peter alles gut bei euch bitte hunde fb 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 ist noch niemand mit oder wie da bist du okay ich gehe mit und doch ich bin sonst noch voll nee da ist jemand oh sag mal doch wohin geh ich nächste runde let's go diesmal gewinnen wird jemand sein motivierter ich bin richtig und die wird ja einfach ja schaffen wir ja schaffen wir siehst du das klingt doch schon viel besser ich habe das bringt genauso wenig die hast du hast ja ich habe mich bei uns bräuchte ich auch paar ich kraft mir so lange ein zweites schwert das habe ich ja früher auch immer gemacht ich bin schon so aus skyblock raus sky wars ist das selber ein mensch warte 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 ich bin wenn er jetzt hier war ich bin so behindert ich bin so behindert ja bist du bist du du weißt aber nicht wie das passiert ist so ich bin an der ecke runtergefallen ich bin z warte Leute wenn wir so was für dich aufnehmen nehme ich mit auf dann kannst du so reinschneiden was kann ich nicht egal genau hier genau zwischen diesen Zielstern und diesem äh endstoff genau hier so zwischen mir durchgefallen achten die letzte runde für heute bist du bereit ich habe dich auch kurz 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 was geht mir ein bisschen ich auch das war's mit dem video ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja lasst ein daumen nach oben da oder irgendwas positives wir sind scheiße in star wars wenn ihr ein sieg von meinem familien selber sehen weil guckt euch mein letztes teams an ganz am ende habe ich sogar eine runde gewonnen den ich vor ein paar monaten gemacht habe und dann sehen wir zu meinem video also hier irgendwann kommt bestimmt wieder streams mir dann eingefangen dass ich sagen kann nicht sie dass diese scheiße abmoderation vollkommen in die länge ich ja und jetzt hoffen wir dass unsere videos gleichzeitig an einkommen wir werden versuchen dass die das video genau gleichzeitig online kommt wie meins und dann würde ich sagen ja letztes mal hat er noch hinten als mein video online gab auf jeden fall ich hoffe ich habe vergessen was ich sagen wollte nicht so gut ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020